Musik Von den Samen hoch im Norden über die afrikanischen Maasai bis zu den neuseeländischen Maori. In über 1200 prächtigen Farbfotografien präsentiert dieses Kindersachbuch den unglaublichen Facettenreichtum der Menschen dieser Welt. Gegliedert nach Kontinenten bekommen Kinder ab acht Jahren einen faszinierenden Einblick in den Alltag, die Lebensform, Kulturen, Bräuche und Tradition verschiedener Völker. Von den Highland Games der Kelten bis zu den Ditgeridos der Aborigines. In 80 Kulturen um die Welt. Über 7,6 Milliarden Menschen leben auf unserer Erde. Darunter zahlreiche Volksgruppen, indigene Völker oder Urvölker, denen wir noch nie begegnet sind. Dieses Lexikon führt uns dabei die Vielfalt und die Kreativität der Kulturen vor Augen. Mit beeindruckenden Bildern, anschaulichen Karten und Statistiken und spannenden Fakten schärft dieses Kindersachbuch unser Verständnis sowohl für den Facettenreichtum als auch für die zahlreichen Gemeinsamkeiten, die uns Menschen miteinander verbinden. Alltag, Lebensform und Tradition der Völker dieser Welt entdecken. Spannende Fakten über Menschen weltweit, Feste, Brauchtum und Traditionen, übersichtliches und anschauliches Layout. Die Gemeinsamkeiten in der Vielfalt entdecken. Ein außergewöhnlicher Blick auf die Völker unserer Erde.